Ape Crime, mein erstes und letztes Date, mit dem ich übrigens heftig ist, einfach 2 Millionen Aufrufe. Ich glaube, mein Video kam ein bisschen spät und das kam ja eben gerade erst. Ich glaube, das hätte ich ein paar Tage vorher hochladen sollen. Naja, hallo. Hi Leute, ich melde mich auch mal als letzter zu diesem Thema. Ich weiß gar nicht genau, wie ich das aufbauen will jetzt. Deswegen, wenn ich mich gleich verhaspel oder wenn das komisch ist, ich hoffe, ihr versteht das. Ne. Und ich will mich als erstes erstmal entschuldigen bei euch, weil... Scheiß. Oh Mann. Tut mir leid, Leute. Ich dachte eigentlich, dass ich das relativ unkompliziert drehen kann, das Video. Ich finde es auf jeden Fall sehr lustig, dass halt Jan und Cengiz die ganze Zeit halt so weinen und so. Die da so voll emotional werden und André macht so ein Lied so, ja, ja, ihr seid Fake-Friends und so. Äh, ja, falsche Leute hier gehabt, das ist halt, feiere ich auf jeden Fall. Ich will mich erstmal bei euch entschuldigen. Weil ich ganz genau weiß, dass das so schwierig für euch ist und dass ihr auch so lange Zeit schon Fragen habt und uns auch so lange schon schreibt und so viele Nachrichten mir auch geschrieben habt. Und ich hab die auch alle natürlich gelesen, aber mich bewusst bisher immer dafür, dazu entschieden, dazu nichts zu sagen, weil... Weil es mir einfach auch irgendwie sauschwerfällt, weil das einfach so ein... Ja, keine Ahnung. Boah, scheiße, Leute. Okay, also... Das Thema... Also ich muss aber tatsächlich sagen, also ich find's persönlich auch so, äh, diese Pyrotype haben mich die Nacht zugespelt und hat heute Morgen über 200 Nachrichten Ehre, Alter. Oh, dankeschön. One and only day für die 10 Euro. Danke für die guten Jahre auf YouTube. Auf ein nächstes Jahr, Bruder. Vielen lieben Dank auf jeden Fall dafür. Ähm, ja, also ich muss da auf jeden Fall so sagen, was Einzige, was ich bei A-Crime halt da nicht so cool fand, ist, dass die halt doch sehr lange gewartet haben mit dem Statement so. Ähm, weil man hat zwar gemerkt zumindest, dass es den drei natürlich halt gut geht, ne, also die haben ja alle ihre Videos gemacht so, aber trotzdem hatte ich so das... Also fand ich's ein bisschen doof für die Zuschauer, die trotzdem so lange halt im Dunkeln zu lassen. Ähm, man muss ja jetzt auch nicht alles raushauen. Ja, man hätte ja auch einfach sagen können, jo, wir haben uns halt getrennt, da kommt nichts mehr. Ähm, aber die haben ja, glaub ich, vor vier Monaten das letzte Video gemacht. Ähm, und, äh, ja, dann haben die sich ja seitdem nicht geäußert, so jetzt erst, ne, so. Vor allem, ja, dass die, ja, dass die Statements so lossagend sind. Ja, ich sag mal, das ist halt schwierig so, weil das Ding ist, ähm, die haben ja selber gesagt, dass sie da anwaltlichen Stress und so weiter haben. Beispielsweise, und ich denke auch mal, dass in den, äh, in der ganzen Zeit, also wahrscheinlich halt in den letzten Jahren, Monaten, wie auch immer, ähm, dass da halt sehr viel vorgefallen ist. Und ich glaube auch, da hat keiner Bock drauf, dass das zu so einer, ähm, Schlammschlacht, äh, dass es zu so einer Schlammschlacht wird, sag ich mal. Dass dann jetzt die ein Video machen, wo Vorwürfe drin sind, dann muss André vielleicht ein Video machen, wo Vorwürfe drin sind. Und da geht das halt so immer weiter und weiter. Und, ähm, ja, und das ist halt, ähm, unnötig, meiner Meinung nach so, ne. Deswegen, da muss man natürlich schon so ein bisschen aufpassen einfach, ähm, ja, was man da halt macht, ne, und was die halt veröffentlichen. Und deswegen, glaube ich, haben die halt eher gedacht, halt lieber weniger sagen als mehr. Ist natürlich für die Zuschauer absolut langweilig, muss man einfach mal so sagen, ne. Ja, wie wäre es denn mit keinem Statement wäre? Naja, man möchte ja trotzdem irgendwie nochmal zumindest seine Gefühle oder sowas dazu sagen. Einfach, ihr müsst das wissen. Die letzten, ich glaube, neun Jahre sind es mittlerweile, ist das halt einfach unser Leben gewesen. Und das hat unser Leben ausgemacht. Und auch, dass wir zusammen gewohnt haben und zusammen einfach alles getan haben, das, das war einfach unser Leben. Und deswegen ist das für uns, oder ich rede jetzt einfach mal von mir, ich spreche jetzt nicht für andere, das ist für mich einfach... Unge, 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 bist im Grunde... Das ist für mich einfach so schwierig, darüber zu reden, weil es halt ein Drittel unseres ganzen Lebens ungefähr ausmacht. Ach, Leute, es tut mir leid, dass das jetzt so, dass ich das so rüberbringen muss, aber ich probiere es einfach so gut ich kann. Also, wie gesagt, es tut mir leid, dass ihr so lange nichts gehört habt. Ich will euch eine Sache sagen, die wirklich sehr wichtig für dieses Video ist. Und zwar, dass ich versuchen werde und ich gebe da mein Bestes, keine Vorwürfe oder sonst was in diesem Video hier zu benutzen. Ich erkläre euch später, warum das so wichtig ist. Der einzige Vorwurf, den ich mir mache... Ich weiß nicht, das Ding ist, also ich denke schon, dass es für alle drei wahrscheinlich, also für André, der scheint sich ja irgendwie damit abgefunden zu haben, aber zumindest für die beiden anderen halt doch sehr hart zu sein irgendwo. Ja, weil man halt gesagt hat, oder weil die ja, wie er schon gesagt hat, ein Drittel des Lebens ist halt... Waren die halt so zusammen und ich sag mal keine Ahnung, das muss halt schon echt krass gewesen sein. Stell dir mal vor, du bist so... Du wohnst so zusammen, du machst halt so dein ganzes Leben über Jahre hinweg. Du baust dir auch so richtig was auf. Du in allen Bereichen irgendwo im Leben arbeitest du zusammen. Und dann ist das halt auf einmal vorbei und du trennst dich. Das ist halt schon nicht so geil. Und ja, die beiden sind halt jetzt Mod. Ich hab jetzt erstmal... Also Man of Potato und Barman Bimse sind jetzt zumindest erstmal raus, bis ich halt auf jeden Fall mit denen geredet habe. Deswegen brauchten wir jetzt zwei andere Mods. Da hab ich jetzt erstmal die beiden genommen, weil die mich auch schon länger unterstützen und dabei sind. Genau. Und auch wenn die anderen das wiederkriegen sollten, bleiben die halt einfach Mod. Und auch schon lange mache. Ist gegen mich selber. Und zwar, dass ich die ganze Zeit, die ganzen letzten Jahre, das ganze Thema geht zwei Jahre ungefähr schon, einfach nichts gesagt hab. Also ich will jetzt nicht sagen, das mit mir machen lassen habe. Das nehme ich zurück. Das ist ein falscher Ausdruck. Ich weiß nur gerade nicht, wie ich es anders sagen soll. Aber wisst ihr einfach, wenn ihr euch unwohl fühlt, warum auch immer im Leben, ob das mit einem Menschen was zu tun hat, ob einfach das eine Gegebenheit ist, wo ihr euch einfach nicht wohl fühlt. Und bitte, Leute, sagt einfach was. Sagt einfach den Leuten, euren Freunden oder sonst was, dass es euch nicht gut geht mit der Situation. Und ich hab das schon oft in den Fragenformaten zum Beispiel gesagt, dass das auch mein größter Schwachpunkt ist. Und ich, ganz ehrlich, ich kenne wenig Schwachpunkte an mir. Das muss ich echt so sagen. Der Bodenständige hier wieder am Start. Was ja gut ist, aber das ist auf jeden Fall. Wir machen aber mal ein bisschen schneller, als ob 1, 2, 5 kann man auch noch machen, weil es mir einfach schwerfällt, ja, einfach meinen Mund aufzumachen in solchen Situationen. Und das ist auch so. Ja, muss man halt einfach sagen, also das ist halt auch, da gebe ich euch halt auch immer mit, wenn halt irgendwas nicht passt oder so, wenn es da irgendwelche Probleme gibt, wie auch immer. Makoto, danke schön für die 5 Euro, ihre Alter. Hat sich schon gelohnt. Ich mache jetzt immer jeden Stream wie ein Anlassmod und dann kriege ich mal 5 Euro. Dann lohnt sich das schon. Ja, ich kann euch auch noch den Tipp geben, wenn euch halt irgendwas nervt oder sowas bei Freunden oder auch sonst was, dann sprecht es einfach direkt an so, weil das Problem ist, sowas halt runterzuschlucken ist immer so das Problem, dass wenn dann nochmal was anderes passiert und dann wieder was, vielleicht auch Dinge, die ja aufeinander aufbauen sind oder so, die man alle hätte verhindern können, ist dann halt immer so das Problem, dass es irgendwann ist es halt so viel einfach, dass es halt in einem Streit endet einfach. Und das will man ja einfach nicht. Und aus dem Grund kann ich euch nur den Tipp geben, wenn ihr Probleme habt, sprecht die einfach direkt an so. Vielleicht ist das ja auch einfach eine andere Sichtweise, die man da hat oder die Sachen sind auch gar nicht so schlimm, wie man sie sieht und hat einfach nur was falsch mitbekommen. Also da kann ich auch nur den Tipp geben, also sprecht das einfach an. Komisch ist das jetzt eine andere Leute, aber ich bin einfach dankbar dafür, dass das alles in den letzten zwei Jahren jetzt so passiert ist, wie es ist, weil das für mich ein riesiger Stat nach vorne ist, dass ich mittlerweile mehr oder weniger mit sowas klarkomme und einfach auch weiterentwickelt habe in der Hinsicht. Erstmal was trinken. Ganz ehrlich, ich weiß gar nicht, warum mir das jetzt so schwer fällt und ich will nicht so ein Drama daraus machen, weil das, was ich euch einfach hier erzähle, ist gar nicht so viel. Und deswegen auch an der Stelle, seid nicht ertäuscht, wenn ihr... Alter, I am Ventax, Alter, dankeschön, 50 Euro. Digga, heftig, Alter, vielen, ja, ich will immer nur Danke sagen, Alter, Ehre. Als nächstes Mal kaufe ich dir was Kleines von Toysaas, wenn wir uns da nochmal sehen. Vielen Dank auf jeden Fall, heftig, ey. Das kam jetzt unerwartet, ey, dankeschön. Jetzt nicht diese eine Antwort von mir erhaltet, was viele wahrscheinlich auch zu gutem Recht gedacht haben, dass es einen einzigen Fakt gibt, der hat jetzt hier alles irgendwie zerstört oder... ausgelöst. Ich muss euch enttäuschen, es gibt jetzt von mir nicht diese eine Sache zu hören, sondern um euch das wirklich jetzt einfach ganz neutral und nicht angreifend zu erklären, warum wir hier jetzt so sind und warum ihr uns so traurig seht und ich denke mal, André ist genauso traurig. Ich weiß nicht, ob ihr ihn bisher so gesehen habt, aber ich vermute mal, André, dir geht es genauso. Warum es uns allen so geht, ist einfach eine Aneinanderreihung von ganz, ganz vielen zwischenmenschlichen Sachen, die passiert sind in ungefähr den letzten zwei Jahren. Und es ist einfach sau schwierig, mich an meine eigene Regel jetzt hier zu halten, dass ich keine Vorwürfe... Ja, Ellef, das tut mir auf jeden Fall... Elle, VfB, das tut mir auf jeden Fall leid, wünsche dir da auf jeden Fall alles Gute. ...nach außen trage, weil diese ganzen zwischenmenschlichen Sachen, die passiert sind... Natürlich haben wir irgendwie alle den Drang, irgendwie habe ich den Drang, Janice hat den Drang, auch André hat den Drang, diese Sachen loszuwerden, weil das ist halt einfach eine Depression, Leute. Das Wort Depression kommt davon, dass du Sachen unterdrückst und halt, wie gesagt, nicht aussprichst. Und das ist einfach schwierig für uns alle, diese ganzen Sachen so mit uns rumzutragen und ihr seid außen vor und ihr wisst nicht so, um was geht es. Aber wie gesagt, diese ganzen Sachen will ich euch einfach nicht hier nach außen enttragen, weil die meisten Dinge sind einfach sauprivat und da sind auch andere Menschen involviert. Das betrifft gar nicht nur uns drei, da waren auch andere Leute mit drin und sonst was und ich möchte... Ja, ich weiß nicht, ich finde das persönlich halt immer sehr, sehr schade. Also, ich bin schon ein sehr neugieriger Mensch so und ich muss halt sagen, also jetzt gerade wenn... Also, ich finde, die triggern das damit einfach noch mehr so, weil du siehst dann so, dass es halt so voll die Riesensache offensichtlich, die dir halt vorgefallen ist und die veröffentlichen das halt. Du wirst nie öffentlich mitkriegen wahrscheinlich, was da halt passiert ist, obwohl das wahrscheinlich halt mega cool wäre halt zu wissen. Also, ich habe auch so Gerüchte auf jeden Fall gehört. Das war jetzt aber, also, wenn dann halt die halt nur an der Oberfläche kratzen, das wäre jetzt noch nicht so krass. Ja, aber es ist halt trotzdem sehr, sehr schade, muss man einfach sagen. Dieses Thema nicht in die Öffentlichkeit ziehen und ich hoffe, dass ihr das verstehen könnt. Und das ist auch der Grund, ich weiß nicht, ob ihr das mitbekommen habt, André hat auch in der Insta-Story gesagt, ja, Jungs, lasst uns doch treffen für einen Livestream und das alles live diskutieren. Dazu möchte ich kurz anmerken, wir saßen mit André face-to-face zusammen und ich habe André da mehrfach angeboten, dass wir uns nicht in einem Livestream, sondern zu dritt treffen, weil wir das irgendwie auch den Leuten halt schuldig sind, euch da draußen und zu dritt ein Video machen, wo wir einfach die Sache auch klarstellen. Und diese Boshaftigkeit oder so, die da auch an manchen Stellen involviert ist, so ein bisschen rauszunehmen, auch für euch. Das wollte André nicht machen, hat er mir mehrfach gesagt. Und ich spreche jetzt von mir, ich kann ganz offen sagen, dass ich diesen Livestream nicht machen möchte und ich will euch ganz einfach erklären, warum. Dieser Livestream würde so ablaufen, dass wir uns zu dritt treffen und irgendeiner fängt an zu sagen, was subjektiv aus seiner Sicht falsch gelaufen ist. Er fängt wahrscheinlich dann mit einem Beispiel an. Sagen wir mal, dass Jengis fängt an oder ich fange an. Dann würde André sich das in dem Fall anhören, was wir dazu sagen haben und würde sagen, ja, das ist aber so, weil das und das passiert ist. Und dann würden wir uns das anhören und dann würden wir sagen, ja, aber weißt du, das ist ein Resultat da und daraus. Ihr merkt schon, das sind ganz viele zwischenmenschliche Sachen, eine Verkettung. Kaffee und Kuchen mit allen von Ape Crime Incoming, das wäre schon sehr lustig auf jeden Fall. Von ganz vielen Sachen, die einfach passiert sind und warum ich mir ganz, ganz sicher bin, dass dieser Livestream eine sehr, sehr schlechte Idee ist. Ist der Fakt, dass wir diese Gespräche, die ich gerade euch als Beispiel gesagt habe, zu dritt privat schon ganz viele Male in den letzten Wochen, Monaten geführt haben. Stundenlang und wir alle genau wissen, dass dieses Schema, was ich euch gerade erklärt habe, immer das Schema war in diesen Gesprächen, was auch völlig menschlich ist. Einer sagt dies, einer rechtfertigt sich, wie er das aufgefasst hat, dann kommt wieder der andere und so weiter. Irgendwann müsste man ja aber mal beim Kern der Probleme ankommen eigentlich. Man auf Hotel, deine Nachricht ist übrigens abgekackt, also so zur Hälfte, musst du nochmal reingucken. Ja, also das ist halt, ich persönlich finde das auf jeden Fall halt sehr, sehr traurig, muss ich halt ehrlich sagen. Weil, ich meine, ich habe die jetzt zwar persönlich nicht so krass verfolgt, aber trotzdem sind die halt immer ein sehr großer Teil von YouTube-Deutschland gewesen. Und wenn du dann halt so siehst, dass so eine Freundschaft, sage ich mal, die ja doch sehr, sehr krass war, also mit Zusammenwohnen und alles, dass die halt so kaputt geht und dass man dann da auch leider nicht so normal rauskommt, sage ich mal. Also, die haben ja schon gesagt, dass sie da den Anwalt wohl auch eingeschaltet haben. Also, da geht es ja offensichtlich auch um was. Ja, das ist schon sehr, sehr schade, wenn man dann sieht, wie das alles kaputt gegangen ist. Es würde mich halt, also mich persönlich würde es mich trotzdem, es würde mich trotzdem freuen, wenn die, natürlich, wenn die da halt dann irgendwas zu sagen, weil es einfach auch spannend wäre zu gucken, okay, woran hat es denn jetzt eigentlich gelegen? Aber ich denke mal, wahrscheinlich ist es auch für die an sich das Beste, wenn sie das nicht tun würden. Ich sage mal, auch in einem Livestream wäre es dann ja so, dann würden vielleicht private Dinge oder sowas rausgehauen werden. Und ich denke mal, im Endeffekt bringt das halt keiner, keinem irgendwas so. Und ich glaube, deswegen ist es eigentlich das Beste, dass sie sich halt einfach jetzt getrennt haben. Jeder geht so seinen Weg. Anderson Ray kann auch ein paar Disstracks machen und dann passt das. Dieser Livestream würde genauso ablaufen. Das wären alles subjektive Sachen, die wir hier in unseren vier Wänden meistens erlebt haben. Und ihr könnt das nicht nachvollziehen. Das könnt ihr auch gar nicht können, weil ihr nicht dabei wart. Das sind einfach Sachen, die hier passiert sind und die jeder auf eine andere Art und Weise wahrgenommen hat. Und deswegen würde das einfach ein Hochgeschaukel, bis zu den extremsten Argumenten und den extremsten Vorwürfen vor allem. Deswegen will ich hier keine Vorwürfe benutzen. Was in meinen Augen einfach keinen Sinn macht und ich hoffe, ihr könnt das nachvollziehen, warum ich das so sehe. Ich will euch trotzdem aber natürlich irgendwie erklären, warum es ganz, ganz nüchtern gesprochen jetzt zu diesem Endergebnis gekommen ist, wo wir uns hier jetzt befinden leider. Und ohne das auch jetzt im Detail zu erklären, ich kann euch einfach nur sagen, für mich ist es so passiert, dass es einfach irgendwann losging, dass mir mein Bauchgefühl gesagt hat, irgendwas stimmt einfach nicht. Und ich kann es nicht anders erklären. Ihr müsst euch das so vorstellen wie so ein, ja, wie so einfach so ein kleiner Riss, den du so in einem Mitmenschen, in einem Freund einfach siehst. Das ist nicht als Vorwurf gemeint, Leute, bitte versteht das nicht falsch. Einfach vom Gefühl her, dass du ein Stück weit einfach von diesen Menschen nicht mehr wiedererkennst, dass er sich einfach ein Stück weit geändert hat. Und das ist auch eine ganz wichtige Sache, die ich hier betonen will. Es ist im Leben... Ja, also so unglaublich viel Inhalt hat das Video halt tatsächlich nicht. Das muss man sagen. Das ist halt das, was ich so ein bisschen schade finde, weil das halt 17 Minuten geht. Du könntest es aber auch in 5 Minuten halt zusammenführen. Wenn du ein bisschen Wein drin lässt, vielleicht 6 so. Das ist das Einzige, was ich da halt auch nicht so cool dran finde irgendwie. Normal, dass Menschen sich ändern. Und bevor ich jetzt weiterrede, ich habe mich wahrscheinlich auch geändert. Ich bin wahrscheinlich nicht mehr exakt der Mensch, zum Glück wahrscheinlich nicht mehr, der ich vor 10 Jahren war. Weil man sich immer in irgendeine Richtung weiterentwickelt, hoffentlich. Und das ist nichts Schlimmes, dass da... Andres Kanal ist aber auch echt kacke. Also ich selber muss halt auch sagen, ich feiere den Kanal von André auch überhaupt nicht so tatsächlich. Also ich persönlich finde halt auch, der macht halt viel Clickbait irgendwie mit seiner Freundin und so. Ich finde, der hat jetzt auch keine so richtig krassen Formate oder sowas. Also da finde ich, oh mein Gott, und Scheng ist halt schon deutlich besser und lustiger auf jeden Fall, als halt dieses Statement, äh, nicht dieses Statement, als den Kanal halt von André. Das werdet ihr auch im Leben oft immer wieder erkennen. Ehre, Kolimi, das freut mich. Das ist normal. Und wie gesagt, so ist das dann einfach passiert, dass sich schleichend über eine lange, lange Zeit immer Situationen aufgetan haben, wo mir mein Bauchgefühl einfach gesagt hat, oder beziehungsweise wo ich in 10 Ministeps im Geiste zurückgegangen bin und mein Bauch mir einfach gesagt hat. Fühle ich nicht. Ich weiß nicht, das passt einfach nicht. Es sind andere. Wen findest du von den drei Leuten von Akram eigentlich am sympathischsten? Das ist eine sehr gute Frage tatsächlich. Ich muss sagen, am sympathischsten ist mir Cengiz, muss ich sagen so. Ich habe den ja auch schon ein, zwei Mal geradet, auch schon ein paar Streams und so weiter mitverfolgt. Und ich finde einfach, der ist so knuffig, der versprüht einfach so die ganze Zeit so gute Laune, auch in Streams und so weiter, finde ich. Also das finde ich ja wirklich sehr, sehr nice. Das gefällt mir, den kann man wirklich sehr gut zugucken. Auch seine Reactions. Ich bin jetzt nicht so der Reaction-Fan, aber wenn ich halt mal reingucke, dann ist das auf jeden Fall in Ordnung, finde ich. Ja, der zweite ist dann halt Jan. Also er hier, finde ich so, das ist so mittel so. Ich finde den halt ganz cool, so sag ich mal. Ich finde es jetzt aber nicht übertrieben, also nicht übertrieben cool, nicht übertrieben schlecht. So ein bisschen so mittelmäßig, sag ich mal. So an sich mag ich ihn, aber jetzt, also was ich natürlich so im Internet von ihm weiß, ich bin ja jetzt privat noch nie gesehen, noch nie mit ihm zu tun gehabt. Und ja, am unsympathischen muss ich halt tatsächlich sagen, dass ich halt André nichts abgewinnen kann, muss ich sagen. Also ich finde auch die Aktion, dass er da so ein mehr oder weniger Diss-Track macht, wo er über Fake-Friends und so weiter redet, finde ich halt persönlich auch charakterlich halt nicht so geil. Und ich fand auch vorher immer so, dass der eher so, also es kam ja immer so rüber, als wenn der eher so mitgezogen wird. So versteht ihr, was ich meine? Ich fand immer halt, Jan war immer so, der konnte halt wohl ganz gut schneiden so. Der hat aber auch so eine coole Art. Und Cengiz halt auch genauso. Cengiz ist so eine Unterhaltungsbombe einfach. So und bei André, weiß ich nicht so, so mit dem, da habe ich wie immer so gedacht, ja, weiß ich nicht, wenn der jetzt nicht dabei wäre, wäre jetzt auch nicht so, würde er auch nicht auffallen weiter. So, da könnte man jeden hinstellen, so weißt du? An sich zu den verschiedensten Dingen, die sich irgendwie mit der Zeit geändert haben. Und das ist einfach irgendwann in so etwas ausgeartet. Und ich bin mir sicher, dass viele von euch da draußen das unterbewusst wahrgenommen haben, dass das einfach nicht mehr so harmoniert, wie das am Anfang war. Und ich weiß nicht, Menschen, man spürt das einfach, dass diese Geistesverbindung nicht mehr da ist. Und das ist so schwierig. Einfach, weil du alles mit Menschen erlebt hast und du bist über viele Jahre mit Menschen zusammen und langsam siehst du einfach, wie das halt auseinanderdriftet. Ich will die Schuld jetzt gar nicht irgendwie irgendwo hin projizieren. Alleine der Fakt, dass das passiert ist, hat mich sehr traurig gemacht. Und ich bin mir sicher, dass das Cengiz und André auch ... Äh, wo war das jetzt? Ähm, t-t-t-t-t-t-t-t. Fand es auch heftig, als Weg auch mal bestätigt hat, dass zu Elkram-Zeiten beim Videodreh immer alle drei cool waren. Kaum war die Kamera aus, Cengiz und Jan wie Brüder. André stand aber von sich aus immer außen und ließ vieles kalt. Ja, keine Ahnung. Das Video habe ich aber auch gesehen, zu dieser Trennung. Ja, wenn das halt stimmt, ja, dann ... Ich sag mal, keine Ahnung. Vielleicht hat es auch menschlich gar nicht so krass gepasst einfach. Ich meine, das ist ja auch nicht weiter tragisch. Ähm, vielleicht passen Cengiz und Jan noch einfach mega gut zusammen. Und André war da vielleicht einfach so ein bisschen das dritte Rad am Wagen, sag ich mal. Ähm, selbst sowas muss ja nicht weiter schlimm sein, ne? Das passiert ja halt einfach. So. Wie verdient André sein Geld? Kommt der mit den Videos gut durch? Ja, ich schätze mal, die haben wahrscheinlich noch irgendwelche Verträge mit Apecrime, ne? Die haben doch bestimmt auch Merch und so weiter gehabt, kann ich mir zumindest vorstellen, ne? Da ist ja dann auch generell die Frage, wie die das halt machen. Und dann haben wir wahrscheinlich noch viel Geld auch zurückgelegt, ne? Ich meine, die müssen überlegen, wie viele Klicks und so weiter die gemacht haben. Und wie viel Geld die alleine gemacht haben durch Placements und so. Also ich denke mal, die können auf jeden Fall schon so ein bisschen davon leben, so. In irgendeiner Form genauso irritiert hat oder traurig gemacht hat. Und das ist irgendwann dann bei mir, ich kann ja nur von mir sprechen, an den Punkt gekommen, wo mein Körper mir einfach signalisiert hat, okay, es geht nicht mehr. Ich kann das nicht mehr machen. So eine Depression, diese Sachen so zu unterdrücken, dass ich einfach nicht mehr richtig arbeiten konnte. Auf viele Sachen, die dann passiert sind, hat mir mein Körper einfach gesagt, das ist nicht deine Ansicht des Lebens, Ansicht der Dinge. Du kannst dich einfach gar nicht damit identifizieren. Du kannst es nicht weitermachen. Und ich weiß, wie traurig sich das anhört, aber diesen Step bereue ich auf jeden Fall nicht. Das Ganze Ende zu haben, das klingt jetzt sehr hart und komisch. Aber es war für mich und meinen Körper auf jeden Fall die richtige Entscheidung. Das fällt sehr schwer, das zu sagen, weil das wie gesagt einfach unser Leben war. Und ja, das ist sehr hart. Ja, ich weiß nicht, ob André dich sich jetzt immer wegballert oder so, da kann ich halt leider relativ wenig zu sagen. Da habe ich leider gar keine Informationen, um ehrlich zu sein. Kann sein, kann aber auch nicht sein. Ich weiß aber jetzt auch nicht von Cengiz und Jan, ob die irgendwas nehmen oder nicht. Busst du noch? Wenn ja, wie viel? Eigentlich kaum noch. So maximal einmal die Woche. Aber bei mir ist es auch so, ich haue mich, wenn ich jetzt kiffe zum Beispiel, dann haue ich mich auch nicht mehr weg, sondern meistens nehme ich halt so ein paar Züge, so drei, vier, fünf, dass ich so leicht angekifft bin und dann war es das auch wieder. Weil ich diesen Zustand, komplett bekifft zu sein, auch einfach gar nicht abkann. Also ich finde das eher ekelhaft so, dann fühle ich mich selber irgendwie nicht wohl. Deswegen. Und auch das gefällt mir halt nicht mehr so. Also ich denke mal, dass ich wahrscheinlich in den nächsten fünf, sechs Monaten wahrscheinlich auch dann, also spätestens komplett natürlich damit aufhöre. Wenn mir das Kind da ist, kann ich sowieso nicht mehr jede Woche machen. Das ist schon klar. Aber ich denke mal, das wird dann halt auch sehr schnell dann aufhören. Weil wie gesagt, irgendwie, ich fühle das nicht mehr so. Da einfach den... Lohnt es sich, für überhaupt noch für kreative Köpfe noch mit YouTube-Twitch anzufangen? Na klar, wieso denn nicht? Also ich finde das, was Varian bei World Wide Wohnzimmer gesagt hat, eigentlich schon ziemlich richtig. Er hat ja gesagt, dass es heutzutage sogar leichter ist, erfolgreich zu werden, weil halt gefühlt jeder irgendwie einen Reaction-Kanal hat. So, und das ist ja, ähm, ein Vorteil für jeden, der anfängt, YouTube-Videos zu machen. Weil wenn du irgendwas machst, worauf man reagieren könnte, dann kannst du dadurch schon mal so ein bisschen deine Grundreichweite auf jeden Fall erhöhen. beziehungsweise kannst du ja auch rein theoretisch halt komplett den Durchbruch haben. Ne, wenn du jetzt anfängst, Videos zu machen, weil, weiß ich, du hast 100 Abonnenten, machst ein Video bei KuchenTV, ich reagiere so gut wie safe drauf, ne, wenn da KuchenTV im Titel steht. So, dann, äh, hast du vielleicht drei, vier oder fünfhundert Abos, dann kommen vielleicht die nächstgrößeren und so weiter, die dann auch auf dich rejekten. So, deswegen, also es bringt halt schon auf jeden Fall noch was, ähm, noch anzufangen. Aber man muss halt auch vernünftige Videos machen, ne? Dann schlussstück zu ziehen und zu sagen, ich stehe dafür ein, dass ich das nicht weiter machen kann. Und das tut mir einfach so im Herzen weh, dass ich wirklich sagen kann, dass ich in den letzten neun Jahren mein ganzes Leben und mein ganzes Herz und meine Energie da reingesteckt habe und das auch gerne gemacht habe. Also das, ich, ich will das jetzt nicht sagen, um irgendwie zu sagen, Leute, ich hab, ich hab so viel daran gearbeitet oder, oder hat das irgendwie aufgebaut. Ich hab das gerne gemacht und ich hab das immer für uns diese ganze Arbeit gemacht und wir haben alle gearbeitet, das bin nicht nur ich gewesen. Also was ich auf jeden Fall krass finde halt daran, ist halt auf jeden Fall die Information, ähm, dass ja offensichtlich Jan gesagt hat, dass die halt aufhören so, ne? Weil, keine Ahnung, also, das ist halt auf jeden Fall eine Information, die man halt mitnehmen kann, dass halt Jan gesagt hat, jo, das war's. Und ich zum Beispiel, André hat gesagt, jo, wir hören jetzt auf. Das ist halt so eine, deswegen könnte ich mir auf jeden Fall vorstellen, dass halt, ähm, dass halt André sagt, ja, ja, Fake Friends und so. Weil er halt quasi damit Ape Crime aufhören wollte, ne? Und das ja trotzdem noch so ein Riesending gewesen ist einfach. Und, äh, ja, dass jetzt ja einfach dann liegen gelassen wird, ne? Ja. Das Ding ist, dass die meisten keine guten Mikros haben und müssen mit Headsets anfangen und die Qualität ist dann schlecht. Ja, das ist halt das Problem, ne? Aber das tut dann einfach so weh, so solche Sachen zu, zu hören, wie, wie Fake Friends oder dass das Ganze eine Fake-Zeit war. Neun Jahre. Ja, das würde ich halt auch nicht so überlegen, weil, weißt du, das ist so, du musst mal echt überlegen, du lebst so neun Jahre mit, also du machst halt Videos mit Leuten neun Jahre lang, so, ähm, äh, neun Jahre lang Videos mit denen, ihr wohnt dann auch noch zusammen und so und dann irgendwann geht das halt zu Brüche und du sagst einfach so, ja, Fake Friends. So, what the fuck, Alter. Genau, dass wir alle so viel daran gearbeitet haben und so eine schöne Zeit zusammen hatten. Und aus dem Grund, es ist egal, was passiert ist zwischenmenschlich und wer sich scheiße verhalten hat oder es ist egal, wer das war, ich respektiere diese Zeit einfach unendlich doll und ich bin so dankbar, dass wir diese Zeit zusammen erleben durften und jeder hat seine Arbeit dazu beigetragen und deswegen ist das jetzt einfach mein Schlusswort zu der ganzen Sache. Es ist egal, was passiert ist, ich werde keine Vorwürfe gegen irgendwen verbreiten in Zukunft. Ich bin einfach nur unnormal stolz und dankbar, was wir uns da aufgebaut haben und dass ihr so krass daran teilgenommen habt und uns so viel ermöglicht habt dadurch, Leute. Was wir hier für ein Leben führen, ist unfassbar. Aber das ist echt... Tja. Zwei Millionen noch was Abonnenten? Ich bitte euch, das einfach so zu akzeptieren. Menschen haben sich einfach in unterschiedliche Wege entwickelt, was okay ist, was normal ist im Leben. Und dieses Kapitel ist einfach vorbei jetzt. Das war ein super krasses Kapitel, aber es ist... Ja, also es kommt auch mega so rüber, als wenn André den Bitch-Move gemacht hat. Weil das Ding ist natürlich, was man da halt auf jeden Fall nicht vergessen sollte, ist ja auch, dass Cengiz und Jan halt immer noch befreundet sind und ich finde, bei denen kommt es auch so rüber, dass die halt schon getroffen sind. So, und André wirkt halt eher so wie so eine Person, die halt angegriffen wurde, weißt du? So eine, die so verletzt ist. Wenn du so kritisiert wirst, ja, und du denkst so, ja, das ist aber gerade nicht richtig, was hier passiert, weißt du? Dann stichelt sie so, greifst die anderen an. Und so kommt mir das halt auch eher rüber. Aber wir wissen es halt einfach nicht, ne? Man kann halt nur spekulieren. Und andere Wege zu ziehen. Und wir haben so mit 8-Prim angefangen, dass wir das verfolgt haben, was wir vom Inneren gefühlt haben und das, was wir machen wollten. Und diesen Pfad werde ich weitergehen. Und ich gebe euch den Tipp, auch immer diesen Pfad weiterzugehen. Und um auf den Anfang zurückzukommen, wenn euch Sachen stören, dann sprecht die einfach an und behaltet die nicht für euch. Steht für euch selber einfach ein. Und, ja, ich, keine Ahnung, Leute. Ja, dann noch das Bild, ey. Aber es sind ja gar nicht die drei, oder? Ich dachte mal früher, dass es Brüder sind irgendwie. Ich fand, die sahen früher schon sehr, sehr gleich aus. Aber die Frisur ist natürlich halt auch gewöhnungsbedürftig, sagen wir mal so. Das ist doch nicht Schengels, oder? Das ist Schengels? Als ob, ey. Niemals, oder? Ja, what the fuck, ey. Krass. Okay. Okay, weird flex. Ja, was? What the fuck, ey. Ach, geil, ey. Ja, was soll man dazu sagen, ey? Ja, ich finde das Statement gut. Es hat halt wenig Inhalt, aber es war halt emotional so. Und er hat seine Gedanken auf jeden Fall gut rübergebracht. Klar, man weiß jetzt nicht unbedingt, warum sie sich getrennt haben. Aber man kennt halt jetzt zumindest so seine Meinung, sage ich mal. Oder seine Emotionen, wie er sich damit fühlt, wieso er so entschieden hat. Und das finde ich halt auch sehr wichtig. Und deswegen finde ich schon, dass es auf jeden Fall seine Daseinsberechtigung hat, dieses Video. Auf jeden Fall. Auf jeden Fall.